Es ist super für die Flur, aber es ist super. Guckst du mal hier, Essen ist gut schon? Ja, ja, ja. Es ist gut schon, dann könnt ihr kostenlos essen. Dafür gibt es einmal da oben Essen. Wo ist das an? Da oben. Müsst ihr mit der Garten hochkommen, dann könnt ihr sich davon auswählen. Ja. Ja. Ja, Eingealter. Okay. Noch eine Tüte. Das ist richtig, richtig gut. Aber rauchen. Rauchen. Du musst das in das Papier füllen und anzünden. Nein, nein, du musst das anzünden. Ja, ich muss einfach... Du musst blanken. Ja, aber bei allem. Aber im Sitzen, du musst das im Sitzen machen. Ja, in der Manieren fahren. Du musst sitzen dazu. Das ist...